Attack on Titan, Final Season, zweite Hälfte, Episode 83 ist am Start. Es ist die, ich glaube, zweite oder dritte Folge in Folge, in der Eren Jäger nicht wirklich präsent ist. Nichtsdestoweniger, aber nicht weniger relevant ist. Ich bin Barker, ich habe wie jede Woche Akira bei mir. Und Akira, ich frage dich, war diese Folge wieder etwas mehr Hype als letzte Woche, wo wir festgestellt haben, dass das Internet eher ruhiger reagiert hat oder fandest du es ungefähr plus minus so ähnlich wie die Folge zuvor? Nee, ich fand die natürlich viel, viel besser. Also wir hatten hier, ich finde, wir hatten hier auf jeden Fall sehr viel bekommen. Also ein ganzes Kapitel wurde jetzt hier adaptiert, übernommen. Aber es gab viel mehr coole und auch ein paar lustigere Szenen, die man einfach anschauen konnte und allgemein. Die Folge war sogar, ich muss sogar tatsächlich sagen, ja, viel besser als letzte Woche. Ich finde das interessant, weil ich hatte ehrlich gesagt diese Woche das erste Mal das Gefühl, dass mir ein bisschen zu wenig passiert. Dass ich den Inhalt ein bisschen redundant finde. Es war auch die erste Folge, die ich wirklich, wirklich nicht hübsch fand. Also in Sachen Optik war das eine Folge, die ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat. Weil ich weiß nicht, ob es dir so negativ aufgefallen ist, aber ich habe beim Gucken die ganze Zeit gedacht, okay, einerseits, das ist ja eine Folge, die sehr stark mit so krassen Comedy-Gesichtern polarisiert, ne? Von Conny über Magats starren Blick und so weiter, ne? Aber es gab darüber hinaus sehr viele Szenen, wo ich erstens die Figuren nicht besonders schön gezeichnet gefunden habe. Und noch viel, viel schlimmer war, wenn, guck mal, es gibt diese eine Szene, nachdem dieses ganze Conny-Drama mit Falco gelöst ist und er, Armin und die beiden Kinder gerade unterwegs schlendern in die Stadt, bevor sie Annie sehen. Mhm, ja. Also die Art und Weise, wie Gabi und Falco da gezeichnet sind bei diesem Spaziergang, ich weiß nicht, was es an den Proportionen ist, aber die sahen für mich nicht wie Kinder aus, die sahen wie geschrumpfte Erwachsene aus. Also die Art und Weise, wie breit ihre Schultern waren und dass ihre Proportionen einfach nur geschrumpft aussahen. Und überhaupt, es wurde nicht besonders viel animiert in dieser Episode, also bei allem Lob, dass ich manchmal diesen Großaufnahmen von den Augen für Attack on Titan von Mappa so gebe. In dieser Folge ist es mir ein bisschen negativ, so in diesem typischen Filler-mäßigen, in dieser Filler-mäßigen Qualität aufgefallen. Weißt du, so von wegen, ey, das sind jetzt nicht gerade die High-Tier-Animatoren, die gerade an dieser Episode sitzen, wir müssen so ein bisschen hier und da an Szenen sparen und so. Du hast viele Großaufnahmen, du hast auch sehr viele Kameraschwenks von links nach rechts oder von unten nach oben, wo es halt einfach nur ein Standbild ist und wo halt eigentlich nur sich die Kamera bewegt und nicht wirklich innerhalb der Szene irgendwas passiert. Also das ist das erste Mal gewesen, wo es mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Aber ich sag mal so, wenn das jetzt wirklich das Tief gewesen ist, ist das immer noch solide für diese gesamte Staffel. Aber beim Gucken ist es mir halt eindeutig aufgefallen. Und ich will auch nicht so tun, als wäre das nicht ein Ding, was mir ein bisschen im Ahn gelegen hat. Inhaltlich, aber fand ich es interessant, wie sich das ganze Conny-Drama aufgelöst hat. Wobei ich da auch so ein bisschen das Gefühl hatte nach dem Gucken. Guck mal, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Als ich das im Manga gelesen habe, dachte ich so, das wäre ein interessanter Plot. Weißt du, von wegen, ja, Conny muss dieses Drama durchmachen, damit er wieder zu sich kommt und sieht, was eigentlich die wichtigen Dinge im Leben sind und das er auch mal loslassen muss, egal wie tragisch die ganze Situation mit seiner Mutter ist und so weiter. Jetzt, als ich das im Anime nochmal gesehen habe, dachte ich mir so, äh, also irgendwie sind sie nach diesem Ark, also diesem Conny-Mutter-Ark, genau an derselben Stelle, wo sie vorher waren. Also irgendwie fühlt es sich schon fillerisch an, so, weißt du. Ich weiß nicht, hat es dir mehr gegeben als mir? Nein, ne, ich meine, ich muss aber auch sagen, als ich das geguckt habe, war das auch so gefühlt, also für mich, und ich muss auch tatsächlich sagen, irgendwie ein bisschen gerusht, so, ein kleines bisschen, so. Wir haben so ein bisschen Conny gesehen, haben halt so diese lustige Zähne gesehen, ey, jetzt putzen wir die Zähne, und dann kommt einfach so Armin, das war das so. Das war halt so ein bisschen rushy. Ist das, ist das dieser Isayama-Humor, den manche Leute hier erkennen wollen? Bestimmt. Weil, ich hab mich halt gefragt, so, wie das die letzten zwei Folgen aufgebaut war, mit einem Conny, der Falco zu seiner Mutter bringen will, und es ist super düster aufgebaut, und er überlegt sich, wie schaffe ich es, dieses kleine, unschuldige Kind reinzulegen, und so weiter. Und die eigentliche Szene mit der Mutter, die war ja extrem unbeholfen. Also, es war schon halbwegs an der Grenze zum Cringe, würde ich sagen. Und man kann sagen, ja, das ist Conny, das muss so sein, ne, er ist der Krillin dieser Serie, irgendwie. Äh, ich weiß halt nicht, also, wenn das für Comedy-Zwecke letztendlich gedacht war, muss ich sagen, finde ich, das ist ein bisschen deplatziert, das mitten im Rumbling einzuführen. Also, auf der einen Seite dieser Folge reden wir darüber, ja, Rassismus ist schlecht, Xenophobie und so weiter, und wir sehen, wie sich der Faschismus in Paradies verbreitet. Und auf der anderen Seite hast du dieses komische Comedy-Ding, was eigentlich eine sehr, sehr ernste Note mit Connys Mutter und Falco haben sollte. Und ich finde, also, wenn es das Ziel war, die Ernsthaftigkeit hier rüberzubringen, hat das für mich nicht ganz hingehauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das im Manga auch so war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der auch so wird sein. Ich hab's nochmal nachgeschaut, also, ich bilde mir eigentlich ein, dass das im Manga ernster rüberkommt, also so ein bisschen verzweifelter, so wirklich, boah, Conny ist kurz davor, seine Menschlichkeit aufzugeben und so weiter. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das damals falsch interpretiert habe oder immer noch falsch interpretiere, weil ich wahrscheinlich einfach nicht mit Isayama-Style irgendwie klarkomme. Oder ob das jetzt irgendwie so eine Mappa-Entscheidung war. Aber ich fand das sehr, sehr weird. Also, ich fand diese Folge sehr weird. Ja, ich dachte auch so, hä, das war aber Manga komplett anders, so ein bisschen, so diese, dass da so ein bisschen Comedy reinkommt. Also, bewusst jetzt, ob das Comedy ist, kann man ja noch nicht sagen von denen aus, aber echt komisch, komisch, komisch bei denen. Ja, ich hab zum Beispiel diese Nummer mit, wo Armin sich opfern wollte und sich von der Mutter fressen lassen wollte. Da hab ich mir halt auch gedacht so, Bro, inwiefern löst das unsere Probleme, wenn du weg bist? Also, was bringt es, wenn Connys Mutter, den Titan hat, 13 Jahre eventuell noch leben kann, aber du willst eigentlich mit deinen Freunden Eden Jäger aufhalten? Wie soll Connys Mutter dazu beitragen? Also, ich weiß, es ist eine Extremsituation und er ist auch überfordert. Das haben wir schon letzte Woche klargemacht, dass er diesen Ausbruch gegenüber Mikasa hatte. Aber, I don't know, man. Also, ich muss sagen, das sind die Momente, wo ich, glaube ich, zu wenig Attack on Titan Fan bin, als dass ich darüber hinwegsehen kann, weil ich hab das überhaupt nicht gefühlt. Also, wirklich, 60 Prozent dieser Episode ging an mir vorbei. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das absolute Highlight eigentlich nur alles, was mit diesem Standort bei Flock und Jelena zu tun hatte. Man muss auch sagen, Falco hat ja auch sehr schnell irgendwie akzeptiert, dass sein Bruder tot war. Also, da kam ja auch nicht so eine Kraft. Der hat nur kurz geweint und das war's dann eigentlich. Da haben die einfach so Apple Pie gegessen. Ja, ja, exakt das. Und ja, da gibt's natürlich auch diese Comedy-Szenen mit Annie, wie sie gerade Kuchen machen. Aber ich mag diese Szene. Ich bin da ganz ehrlich, ich mag diese Szene. Ja, okay, das kann ich noch irgendwie akzeptieren, weil das ist ein Bruch. Aber dieser Bruch würde für mich halt nur funktionieren, wenn alles zuvor super ernst gewesen wäre, weißt du? Ja, ja. Stattdessen hab ich das Gefühl, wir rushen von einer ein bisschen, meiner Meinung nach, und das ist natürlich super subjektiv, weil das Humor ist und so, meiner Meinung nach haben wir von einer unwitzigen Szene zu einer bisschen witzigeren Szene übergewechselt, so weißt du? Und für mich hat das nicht funktioniert. Für mich hat das halt besser funktioniert, wenn der Rest der Folge super ernst gewesen wäre und wir dann diesen Annie-Reveal bekommen, aber das bin halt ich in meiner kleinen Wohnung, der sich jetzt über irgendwelche Anime-Meisterwerke beschwert, so deswegen nimmt das nicht so ernst. Aber ich kann nur sagen, ich persönlich hab das wirklich nicht gefühlt. Und ich bin normalerweise ehrlich, was die Komplimente angeht, also sei doch mal ein bisschen tolerant, wenn ich ein bisschen was kritisiere. Aber ich hab das wirklich nicht gefühlt. Ich fand die Struktur dieser Folge in Sachen Stimmung sehr, sehr merkwürdig konzipiert. Abseits dessen fand ich halt diesen Punkt mit Flock eigentlich sehr, sehr cool. Aus dem Grunde, weil wir sowohl an dem Punkt, wo er Jelena und Yankapon öffentlich hinrichten möchte, als auch zu der Stelle, wo die normalen Paradiesbürger irgendwie dieses hier Shinzo Sasageo rumbrillen, also opfert eure Herzen oder bietet eure Herzen da und so. Ich hab ja auch schon mehrmals gesagt, was halt eine dieser Botschaften in diesem Arc eigentlich ist, wie leicht Propaganda Menschen manipulieren kann. Und zwar auch Menschen, die sich auf der gerechten oder richtigen Seite wehnen. Und das ist halt super krass, wie schnell diese Menschen auf Paradies, die ursprünglich nichts über ihre Vergangenheit wussten, beziehungsweise über ihre Vorfahren, mittlerweile innerhalb von wenigen Jahren an dem Punkt sind, wo sie diese Vergangenheit nicht nur akzeptiert haben, sondern sie jetzt umgedreht für xenophobische Botschaften nutzen, um andere Völker zu diskriminieren, weißt du? Es ging sehr schnell von, wir wissen gar nicht, wer wir sind, zu, hey, wir sind besser als ihr. Das ist unsere Rache, das ist unsere Genugtuung und so. Und da ist halt die offensichtliche Parallele, wie Faschismus so funktioniert mit den Jägeristen. Aber noch viel, viel wichtiger aus meiner Sicht, was man nicht unterschätzen darf, die Szene halt mit den Normalbürgern, dass das sich auch auf die übertragen hat. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und ich fand es halt sehr gut, dass gezeigt wurde, dass man sich gegen sowas auch wehren kann, auch wenn man da sehr schlechte Karten mit hat, eher in Form von Jeanne, der dann halt Teil dieses Komplottes war, um Onyanko Ponn und Jelena zusammen mit dem Car Titan da irgendwie raus zu befördern. Also das fand ich super, super cool. Also das war mein absolutes Highlight. Ich bin ein sehr großer Fan von Jeanne in dieser Episode, weil am Anfang der Episode sieht man ihn ja, wie er in seiner Kabine, was auch immer, oder in seinem Kerker, in seinem Zimmer halt vor dem Rumbling sich so ein bisschen verdrückt und versuchen zu schlafen, aber total, ja, wie soll ich sagen, traumatisiert scheint. Und dennoch hat er es überwunden und kämpft weiter. Also er ist ein super Beispiel dafür, wie aussichtslos sich das Wehren gegen wirklich starke faschistische, militärische Strukturen sein kann. Aber solange man nicht aufgibt, man immer noch Hoffnung hat. Und das hat mir so, so viel besser gefallen als der Mikasa-Plot. Über den werde ich gleich noch ein bisschen ranten, aber lass dich mal erst mal ein bisschen reden. Wie fandest du die ganze Nummer mit Jeanne, Flock und so? Also hat dir was Besonderes gefallen? Und wie fandest du Onyanko Ponn? Wow. Onyanko Ponn, Digga, der hatte wirklich hier Zähne gehabt. Die fand ich ziemlich cool, weil der mal real ist. Aber, ja, Flock ist ein Bastard. Das bleibt einfach stehen, komplett. Der sieht einfach aus wie ein... Alle so, Jeanne, hättest du ihn doch essen lassen... Ja, Digga, klar. Ich weiß auch nicht. Der hätte ihn sterben lassen sollen. Sterben lassen. Ja, das hätte er machen sollen. Aber wirklich, Jeanne hat hier wieder wirklich rausgehauen. Das fand ich ganz gut eigentlich. Muss man auch wirklich sagen. Wann hat ihn immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, man hat ihn doch früher immer so ein bisschen gemobbt. Also, ich meine, wir haben ihn früher immer ein bisschen beleidigt, oder nicht? Also, ich muss sagen, ich finde, jetzt auf die gesamte Serie übertragen, also, ich bin jemand, der Jeanne am Anfang nicht so wirklich ausstehen konnte. Ja, schon nicht. Nicht, weil der irgendwie unsympathisch war, sondern er war mir egal. Ja. Das ist für mich meistens so offensiver als eine Figur, die man hassen soll, so, weißt du? Er war mir halt egal, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, wenn man den Gesamtkontext von Attack on Titan betrachtet, ist Jeanns Story eigentlich mit einer der Besten. Weil er halt das repräsentiert, was die meisten Menschen sind, nämlich jemand, der eigentlich gar keinen Bock auf dieses ganze politische Sonstwas hat oder militärischen Blar und sich eigentlich nur ein bequemes Leben machen möchte, aber trotzdem nicht von seiner Umwelt dazu gezwungen wird, das muss man mal klar hervorheben, sondern sich jedes Mal dafür entscheidet, weiterzukämpfen. Zugegeben, inspiriert durch den Faschisten dieser Serie, Eren Jäger, aber nichtsdestoweniger inspiriert für eine gute Sache. Und deswegen finde ich ihn eigentlich auch so ein gutes Beispiel, genauso wie ich Gabi für ein gutes Beispiel für jemanden halte, der in seiner Jugend indoktriniert wurde und das innerhalb kürzester Zeit bereits wieder ablegen kann. Dass Jeann eigentlich das repräsentiert, was glaube ich die meisten Attack on Titan Zuschauer wahrscheinlich sind, nämlich apathisch gegen Politik, obwohl es genau vor ihrer Nase passiert. Ich meine gerade aktuell krasser als je zuvor, wenn wir an Russland und Ukraine so denken. Und die leichteste Variante wäre halt zu sagen, okay, das betrifft mich nicht, weil ist irgendwo anders und nicht hier bei uns so, juckt mich nicht, ich muss dagegen nichts tun. Und nein, Mann, der Jeanne in dieser Serie, beziehungsweise in der Welt würde sagen, okay, ich habe voll keinen Bock, aber ich muss etwas tun. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Botschaft, deswegen bin ich ein großer Fan davon, in welche Richtung sich Jeanne entwickelt hat. Finde ich auch, sehe ich auch so, ja. Ja. Mikasa muss ich sagen, ey, ich hasse es. Also, diese ganze Nummer mit diesem Mädchen, das den Schal klar gemacht hat und sie erzählt, was so Adan über den Schal gesagt hat und so. Und dann erwacht so der Beschützerinstinkt den Mikasa in ihr und sie will ihren Schal wieder zurückhaben. Es ist halt unglaublich. Ich war in Season 1 ein unfassbar großer Mikasa-Fan, weil ich dachte, ja, Mann, eine weibliche Figur, die badassiger ist als der Typ, weißt du, der männliche Protagonist. Und sogar mit dem Potenzial, ihn als Protagonisten irgendwie abzulösen, wenn er nicht als irgendwie Titan-Mekka wieder zurückgekehrt wäre. Und dass sie halt so krass mittlerweile degeneriert ist, wirklich, so einfach nur, meine gesamte Existenz ist einfach nur eine Reflexion davon, was mir Adan erlaubt. Weil im Grunde ist es ja genau das, ne, das, was dieses Mädchen über Adan gesagt hat, wirkt wie so eine Art Erlaubnis für Mikasa von wegen, ja, Mann, ich sollte Adan aufhalten, aber dafür brauche ich meinen Schal zurück, der mich an ihn erinnert und so. Und ich verstehe es, ich persönlich bin kein Fan davon, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre es irgendwie was Schlechtes. Ich persönlich halte es nur nicht für was Gutes, also zumindest Interessantes. Und deswegen hat mir der Mikasa-Plot ehrlich gesagt wenig gegeben, weil ich kein großer Fan bin von Figuren, deren gesamte Motivation nur vor einer anderen Person abhängig wird, ohne ihre eigenen Ziele klar zu definieren. Safe, aber ich muss auch sagen, das war einfach richtig hart für dieses Mädchen, erzählt so, dass sie von irgendwas getroffen worden ist, am Sterben liegt fast und dann einfach so, kippt mir meinen Schal wieder und dann geht die. Ja, bitch. Ach, come on. I want my scarf back, ja. Dieses Mädchen sah übrigens sehr, sehr verdächtig wie Hick aus. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur an dem Isayama-Arts-Sein liegt, dass sie sich alle angepasst haben. Weil ich habe nochmal die Bilder gesehen, wie Hick vor dem Timeskip aussah und ich denke mir auch so, ja, irgendwer hat da Isayama was zugeflüstert, weil so krass ändern Mangaka eigentlich ihre Figuren normalerweise nicht, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Ja, vier Jahre aber, ne? Ja, vier Jahre, klar, aber guck mal, was in vier Jahren aus Eden geworden ist, so, ne? Also eigentlich nur seine Haare länger geworden. Stimmt, stimmt. Eine Portion der Folge, über die wir gar nicht geredet haben, über die man noch argumentieren könnte, dass sie die allerwichtigste ist, ist nämlich alles, was mit Hanji und Levi ist, ne? Ja, Levi, den wir jetzt endlich nach dem Season-Haiatus gesehen haben, dass er auch wieder zu sich kommt und wieder sprechen kann. Wir sehen, dass ihn Hanji zugenäht hat, dass er an seiner einen Hand auf jeden Fall keine Zeige und Mittelfinger mehr hat, was ja bedeutet, dass er sehr schlecht dieses 3D-Manövergier benutzen kann, weil du ja dafür normalerweise den Zeige und den Riebkehren benutzt hast, um die Ventile oder die Pedale oder ich weiß nicht, wie das das richtige Wort dafür ist, zu verwenden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Levi sehr, sehr stark gehandicapt ist, also noch mehr als ohnehin schon. Und dennoch hat er den Mut, so kaputt wie er ist, sich vor Maga zu stellen und ihm, ja, seine Hilfe quasi aufzuzwingen. Wie cool war das? Das war richtig geil. Also, der Typ zeigt einfach, der Typ beweist einfach immer wieder, warum er einer der absoluten Lieblingscharakteren ist. Warum das eigentlich so der Grund ist. Hm. Perfekt. Ich muss sagen, ich bin ganz klar, er an sich, Levi und Hanji did nothing wrong. Ja. Also, die zwei. Also, ganz ehrlich, bei mir sind mittlerweile fast alle im Minus, außer, ähm, außer Jeanne und Gabi und Falco. Also, der Rest unserer Crew, Armin, Mikasa, hast du nicht gesehen? Die haben alle schon etwas gebracht, was ich entweder auf der einen oder anderen Seite ein bisschen problematisch finde. Aber Levi und Hanji did nothing wrong. Genau. Also, goated. Von Anfang bis hierhin, so, ne? Und hoffen wir mal, dass sich das so weiter durchzieht, was ich auch sehr, sehr irgendwie lustig fand. Und ich weiß halt nicht, ob das lustig sein soll, dieser Blick von Magath. Dieser, ich hab keine Augenbrauen und blinze nicht einmal und gucke die ganze Zeit starr geradeaus Blick. Ich meine, irgendwo ist es auch cool. Ähm, ich find's halt so interessant, dass am Anfang der Staffel uns Mangath als jemand so total herzloses präsentiert wurde, der leichtfertig das Leben von Gabi auf dem Schlachtfeld gegen die Osmanen opfert. Und das ist jetzt der Typ, mit dem wir uns verbünden. Das ist eine sehr, sehr interessante Dynamik aus meiner Sicht. Naja, das entwickelt sich sehr überraschend auch. Muss man auch sagen. Der kam ja auch eigentlich rein, hat sich überhaupt Sorgen gemacht um Gabi. Muss man auch sagen. Also, als der noch da reingekommen ist, so. Das war ja auch schon ziemlich komisch eigentlich, so. Erstmal so und dann so. Ja, und dann haben wir noch diesen Moment, wenn Rainer aufwacht, von Annie aufgeweckt wird. Und er sieht jetzt das neue Avengers-Team, das ihn recruitet. Und ich find's so lustig, auf Twitter hat das einer gepostet, dieses Bild, wo man die Gang dann sieht mit Conny und so, wo die am Posen sind. Im Manga sieht man da wohl Annies Arsch oder man sieht ihn halt ganz klar. Und im Anime wird ihr Arsch von Rainers Kopf und von Falkos Kopf irgendwie verdeckt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, Alter, sind Attack on Titan-Fans anders horny. Also, nie im Leben wäre mir das eingefallen, dass das eine Szene ist, die irgendwie uns verloren gegangen ist. Aber da sieht man mal, Attack on Titan-Fans sind vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ja, bestimmt haben die nichts anderes. Ja, unser Avengers-Team hat sich jetzt zusammengefunden. Also, wir haben eigentlich eine ziemlich krasse Fußballmannschaft, wenn wir so die bloße Anzahl uns betrachten. Ich auch. Es ist ein All-Star-Team aus Mali und Paradies-Leuten, um Eden aufzuhalten. Levi hat ganz klar gesagt, mein Ziel ist es, Sieg zu töten. Also, Sieg scheint hier auch noch seine Finger im Spiel zu haben, im Gegensatz zu Levi. Und das wird jetzt interessant aus mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite fragt man sich natürlich, okay, was genau ist der Plan? Wie kannst du all diese Titanen, dieses Rumbling aufhalten? Und was geht eigentlich mit Eden? Weil wir haben ihn ja noch nicht so richtig, richtig in seiner Ursprungstitan-Form gesehen im Anime. Und einerseits fragst du dich das und andererseits fragst du dich, ey, langsam wird's knapp mit der Anzahl der Episoden. Digga, das ist einfach schlimm. Ja, also zu diesem Zeitpunkt kann man, glaube ich, definitiv davon ausgehen, dass, ähm, ja, der Stoff nicht mehr in dieser Staffel fertiggebracht wird. Nee, also das ist echt nicht. Also du müsstest halt unfassbar viel skippen, damit das noch funktioniert. Also mir fallen zwei Sachen ein, die man potenziell skippen könnte, aber dann ist es schon fast ein bisschen eine andere Story. Ähm, deswegen, ja, das ist jetzt das, auf das wir uns freuen müssen, dass das in dieser Staffel nicht mehr zu Ende geht. Ja, das ist halt wirklich beschissen. Ja, ja, weil, ey, ganz ehrlich, du kannst halt nicht ein Final-Season-Part-3 bringen. Nee, nee. Weil das wäre halt anders lächerlich so, ne? Ja, das ist... Weil dann kündige ich es halt von Anfang an irgendwie richtig an und wenn es halt der Film ist, auf den es gerade hinausläuft, äh... Ja, aber das passt dann auch wieder nicht, das ist auch wieder Kacke, ne? Äh, weil Part-3 würde ja auch nichts bringen. Zwölf Folgen kannst du nicht jetzt in Part-3 nochmal reinhauen, finde ich, oder so. Ja, ich meine, du könntest es schon, aber ich finde, Final-Season, zweite Hälfte. Also ich weiß gar nicht, ob von zweiter Hälfte je gesprochen wurde, weil bei der Hälfte denken wir natürlich an 50%. Doch, ja. Wurde von Hälfte gesprochen oder wurde nur von Teil 2 gesprochen? Nee, es wurde Part-2 gesagt, also Final-Season, Part-2, ne? Ja, okay, dann kann es echt ein Part-3 geben. Ja, ja, klar, wird es wahrscheinlich ein Part-3 geben oder einen Film, aber man könnte auch sagen, ey, man bringt jetzt vielleicht auch noch mal extra Folgen raus, die vielleicht ein bisschen länger laufen. Man kann es ja nicht wissen, wie, die machen ja alles heutzutage, was sie wollen. Die machen ja wirklich alles, was sie wollen heutzutage, da ist es ja auch wieder so eine Sache. Aber wenn du Final-Season bringst, dann machst du einfach Final-Season und Schluss ist, 24 Folgen oder so, keine Ahnung. Oder du sagst 30 Folgen, okay, ne? Das ist ganz einfach. Ey, das ist halt ein Ergebnis dieser Zeit, in der wir leben. Wir leben halt in einer Zeit, wo aus irgendeinem Grund sich Marketingleute denken, wir dürfen Staffeln nicht durchnummerieren, wir dürfen nicht Staffel 2 bis 6 oder so sagen. Ja. My Hero Academia irgendwie die einzige Ausnahme, was das angeht. Äh, ich weiß nicht, bei Kimetsu no Yaiba ist es ja auch irgendwie ganz komisch gewesen, dass man die Namen der Arcs irgendwie krass betont, ne? Mugen Arc und, äh, Red Light District und so. Ähm, ich meine, du siehst das ja halt überall, ne? Konsolen dürfen nicht mehr, also außer Sony, Playstation, die kannst du 4 bis 6 irgendwie benennen oder 4 bis 5 in dem Fall. Weil, aber du siehst ja schon an den Microsoft-Konsolen, du kannst denen keine normalen Namen geben, du kannst nicht Xbox 1, 2, 3 und 4 und so weiter sagen. Und, äh, von Nintendo fangen wir gar nicht mehr an, das hat die selber fast ruiniert. Und, ja, Final Season Part 3 ist halt, echt, ich meine, darauf wird es jetzt hinauslaufen. Hoffentlich. Mich würde es sogar nicht mal überraschen, äh, wenn Final Season Part 3 nur aus irgendwie 6 Folgen besteht. Und es ist halt der krummste Shit ever, aber, ja, anders lässt sich das irgendwie gerade nicht handhaben, weil es wäre, guck mal, ich bin kein großer Attack on Titan Fan, aber ich fände es schon nicht würdig, wenn diese Story nicht richtig adaptiert wird. Weißt du, wenn du schon unzufrieden mit dem Manga-Stoff bist, dann adaptier es wenigstens komplett, damit sich Anime-Onlys auch eine Meinung dazu bilden können, so, weißt du? Also, statt zu sagen, wir skippen halt alles wie bei anderen Seasonal-Anime. Ich meine, hier, Fujita kann ein Lied davon singen mit Ushio und Toda, Alter, oder Kanakuri Circus, wie seine Serien zerstückelt wurden. Total tot. Ja, ja, absolut. Und, ähm, ja, bei Attack on Titan wäre es halt super schade, weil Attack on Titan ja auch irgendwo symbolisch etwas repräsentiert, nämlich was Anime-Production angeht, ne? Also, ich hab das ja selber in meinem Attack on Titan-Video auch gelobt, dass auf der positiven und negativen Hinsicht Attack on Titan so ein Beispiel dafür ist, dass sich Crunch leider qualitativ auszeichnet, weil das halt wirklich eine gut gemachte Serie ist. Animation passend, Soundtrack ist godlike, wahrscheinlich noch erhabener als die Animation, so, ne? Und über den Inhalt kann man streiten, aber es ist wenigstens das, was im Manga passiert, so, ne? Entsprechend finde ich es halt sehr, sehr schade, wenn es halt wirklich jetzt darauf hinausläuft, dass das mit dieser Season nicht beendet ist. Plus, ey, ich bin ganz ehrlich, so Spaß, diese Reviews mit dir machen, ich brauch das nicht noch ein drittes Jahr. Also, ich wär zufrieden, wenn das dieses Jahr endet. Ich auch. Ich will das ganz vernünftig mit dir verabschieden können. Genau, Dicker, das ist einfach lächerlich. Und stell dir mal vor, wir kriegen wirklich einen Film. Dann ist es safe zu 100 Prozent, sodass wir den Film wahrscheinlich vier Monate später bekommen in Deutschland. Ja, und es ist halt ultra lächerlich, weil, ähm, guck mal, ich sag's mir so, so, Attack on Titan sowieso ist ein gutes Beispiel dafür, wie krass TV-Anime aussehen können. Und ich, nichts, was in so einem Kinofilm visuell passiert, kann mich so sehr beeindrucken, dass ich sage, boah, zum Glück wurde dieser Teil als Film adaptiert und nicht als bisheriger TV-Anime. Genau. So, weißt du? Also, ich sag mal so, wenn's ein Film kommt, ich würde sowieso nicht ins Kino gehen. Das würde für mich keinen Sinn machen. Ich würde dann einfach warten, bis es irgendjemand irgendwo verfügbar ist. Ja, same. Also, ich sowieso nicht, aber da würde's mich halt interessieren, äh, was unsere paar Zuschauer und Zuschauerinnen sagen und denken. Wir, wir, wir gehen einfach mal davon aus, es wird keine Final Season Part 3 geben, sondern ganz klar einen Film, weil in dieser Staffel wird das nicht mehr fertig werden. Dafür ist der Manga-Stoff noch eigentlich zu umfangreich. Ähm, würdet ihr einen Attack on Titan Final Film, wenn ihr Anime-Only seid, im Kino gucken wollen oder euch irgendwie Digital-Tickets besorgen und euren Online-Stream? Äh, oder wartet ihr, bis der Film auf andere Weise verfügbar ist? Also, wie sehr seid ihr da Attack on Titan Fan, dass ihr sagt? Und vor allem, das darf man ja auch nicht unterschätzen, in der Zeit spoilerfrei zu bleiben, ist nochmal ganz hart. Ich meine, Gott weiß, wie es Anime-Only bis jetzt geschafft hat, sich von dem Manga-Leut nicht spoilern zu lassen. Ich meine, wir geben uns auch Mühe, nicht zu spoilern. Aber glaubt ihr, ihr könnt es schaffen, in einem Kinokontext, also in einem Kinofilm-Kontext, spoilerfrei in diesen Film reinzugehen? Ähm, das würde mich sehr interessieren, wie ihr das Ganze einschätzt, wie dramatisch scheiße das für euch ist. Oder freut ihr euch vielleicht sogar drauf? Weil ich glaub, Jujutsu Kaisen und Demon Slayer sind ja auch irgendwie positive Beispiele dafür, wie so Mainstream-Shonen-Filme im Kino auch sehr, sehr erfolgreich sein können und auch im Internet gehypt werden. Oh ja. Ja. Mein Gewinner der Woche, ähm, ich glaube, es ist Levi oder Jan? Ich sag mal Jan, weil Jan wird, glaub ich, selten genug Winner der Woche sein. Ey, und mein Verlierer der Woche, beziehungsweise meine Verliererin ist ganz klar Mikasa. Ich kann gar nichts mit ihr anfangen, sorry. Also, der Zug ist da ein bisschen abgefahren. Aber falls ihr großer Mikasa-Fan seid, immer noch, erklärt mir vielleicht gerne, warum. Äh, Akira, wie ist es bei dir? Gewinner der Woche, Verlierer der Woche, wen hast du da auf deiner Liste? Gewinner save Jan, aber Verlierer, Verlierer, ja, Mikasa weiß ich jetzt nicht. Gewinner save Jan? Ich hätte gedacht, du sagst, äh, Annie für den Kuchen. Ach, der, ja, die hat einen Kuchen gegessen. Haha, ey, das ist mehr, als sie die letzten acht Jahre getan hat. Ja, komm, aber Jan hat hier wirklich, Jan, ey, Jan hätte beinahe einen armen Menschen gebracht. Habt ihr nicht machen müssen. Er hätte fast Flock töten können, aber sein gutes Herz hat sich dagegen entschieden. Was wieder mal die beste Metapher überhaupt ist, der Typ, der ganz leicht im Faschismus aufsteigen könnte, entscheidet sich dagegen und er entscheidet sich sogar, was es Floch wen repräsentiert, der Goebbels wahrscheinlich, äh, zu killen. Also, er entscheidet sich dagegen, weil er so ein guter Mensch ist. Nicht, weil er die Ideologie teilt, sondern weil er Töten für falsch hält und das finde ich, äh, eigentlich aus einer moralischen Sicht eigentlich sehr, sehr lobenswert. Äh, Verlierer der Woche, wer für dich? Es ist Jelena, es ist Connys Cringe-Versuch, äh, Falco zu verfüttern. Oh, Digga, warte, Verlierer. Ja, Jelena könnte passen, aber Jelena hat das Ding, sie wurde halt, ihr Leben wurde gerettet, ne? Das ist halt immer noch ein Gewinn, leider. Ähm, deswegen auf jeden Fall finde ich doch eher Floch. Komm, der Typ hat, äh, was vorgehabt, der wollte irgendwie cool aussehen, etwas Krasses machen, hat aber verkackt, weil er verarscht worden ist, ne? Also, würdest du aber nicht argumentieren, dass auch, äh, Peak eine Verliererin sein könnte, weil wir erfahren haben, dass sie, dass sie eine fette Mundkeule hat? Hä? Also, sie wäscht sich, also sie putzt sich offensichtlich nicht die Zähne, das ist ja das, was wir erfahren haben als Titan. Stimmt ja, aber die muss auch ein Monat lang Titan bleiben, so wie ich erfahren habe, wusste ich gar nicht. Ja, also sie kann ein Monat bleiben, so habe ich das verstanden, also, äh, sie hat diese Möglichkeit, sie hat diese Kondition. Boah, ja. Da erfahrt man auch von Anime neue Sachen. Ja, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, horny Internet oder horny Twitter, ist das egal. Safe. Äh, die würden es immer noch smashen, egal wie krass ihr Mund stinkt. Aber so lobe ich mir das Internet. Ich habe, äh, vorher, bevor ich die Folge geguckt habe, sehr viel, sehr viel Horniness in Richtung Levi mitbekommen von, äh, ein paar Damen. Ähm, also anscheinend der Levi-Fanservice war wohl nochmal anders gut. Äh, sei euch gegönnt, äh, liebe Leute, die auf Jung stehen. Ähm, ich finde Zombie lieber relativ cool eigentlich mit den Namen. Ich habe mich aber gefragt, so, die, Hanji hat, äh, ihm ja so eine Nabel quer durchs Gesicht gemacht, äh, die von der Stirn runter bis zu, äh, seinem Kiefer geht. Und ich dachte mir so, wie haut das eigentlich mit dem Augenlid hin? Weil das, also das Augenlid hat er ja, hat, äh, Hanji ja auch zugenäht. Und, I don't know, war sein Auge geteilt? Wie sah das denn vorher aus? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe nur noch dieses eine Bild im Kopf, wo, ähm, Levi halt so die Hälfte seiner Lippe gefehlt hat und sowas. Ich bin mir da auch gar nicht mehr so genau sicher. Also, ich habe das Gefühl, Hanji hat mit dieser Narbe, beziehungsweise mit diesem, äh, mit diesem Zusammenflicken mehr geheilt, als eigentlich möglich sein sollte. Also, das hat ein bisschen wie Anime-Bullshit gewirkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, hey, äh, jetzt haben die, äh, Damen und die Herren, die auf Levi stehen, sexy, Scar, Levi. Ja, perfekt eigentlich für die. Ähm, hast du noch irgendwas zu dieser Folge zu ergänzen? Nö, ist alles gesagt. Okay, in dem Fall, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr diese Folge findet. Generell, wie findet ihr eigentlich die Tatsache, dass wir Eden schon länger nicht gesehen haben? Ich habe heute noch, äh, Raphys Video gesehen, wie ihr argumentiert, äh, dass das eigentlich sehr, sehr gut für die Serie ist. Und ich finde mich, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben eher sein Video gesehen als dieses Video. Also, wie findet ihr eigentlich, dass, ähm, ich wollte gerade sagen, dass Raphie nicht in der Serie ist. Wie findet ihr eigentlich, dass Eden gerade nicht in der Serie ist? Ist das, äh, gefällt euch diese Passage? Oder findet ihr die eher langweilig? Weil ich habe auch hin und wieder auch von anderen Leuten so gehört, das fühlt sich ein bisschen Phila-esk an. Also, teilt ihr diese Meinung. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, kommentiert einfach nur stabiles Video, weil Likes und Kommentare die beiden wichtigsten Dinge sind, mit denen ihr uns helfen könnt, dass diese Reviews auch ein bisschen viraler gehen und das wäre ein bisschen nötig, weil ich habe gesehen, die letzte Review ist noch nicht mal über 1000 Views gekommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Leute, die kommentieren und liken. Aber falls ihr zu denen gehört, die dieses Video gerade hören und dann mit dem Video sehr unterhalten wart, liked bitte das Video und kommentiert es, weil ihr helft damit wirklich ultra krass. Ähm, folgt Akira und mir bitte auf Social Media, auf Twitter, alles ist verlinkt und so. Und gerade, äh, abonniert auch Akiras YouTube-Kanal, wenn ihr zum Beispiel auf Black Chlorer Review steht oder auf Reviews von den ein oder anderen schonenden Serien. Da gibt ihr sich sehr viel Mühe und schaut da vorbei, weil bei ihm seid ihr immer gut informiert. Wir sehen uns dann nächste Woche, glaube ich, mit Folge 84. Äh, bis bald. Ciao. Ciao.